Booyah! Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Crash mit Rot-Kortex schlägt zurück zusammen mit Marie Bursa. Das bin ich. Jawohl Crash. Wir haben fast den ersten Warpraum hinter uns gebracht und drehen nur noch zwei Level. Das hier hinter mir und da wird dann wahrscheinlich der Bossfight erscheinen. Deswegen schnacken wir nicht und machen Anfang. Okay, das ist ein Flucht-Level und ich habe den Hinweis gekriegt, mit Rutschen kommst du manchmal schneller voran. Ja, okay. Schauen wir, wie das funktioniert. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, zu rutschen oder nicht. Ah, was ist das? Eine Mine! Okay, das erste Ding haben wir geschafft. Ja, das war gut, das war gut. Nein! Nein! Oh, um Gottes Willen. Ich kriege noch einen Herz-Effekt hier. Irgendwelche doofen Minen. Ich bin zu früh gesprungen. Ich bin in die Mine rein! Nein! Nein! Ich habe es doch geschafft. Was denn dann? Oh, wie viele Dinger davon gibt. Oh, diese doofen Minen. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen in diesen scheiß lila Edelstein reinrenne. Das will ich nicht. Ich will unbedingt auswitzen, was passiert, wenn ich klein einstigen lila Edelstein kriege. Oh, jetzt kommt auch noch grünes Zeug hier. Grünes Zeug. Nitroglycerin! Oh! Crash-Rennen, Junge! Crash-Rennen! Nein, die Kiste nicht verfehlen! Bonus-Levels! Den Kristall nehme ich nicht. So, 17 Kisten. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Und durch da! Okay, tschüss! Hat ja wunderbar geklappt. Neuer Versuch! Merkst du eigentlich, wie gut ich noch gestimmt bin? Ich betone das noch. So. Noch etwas Haufen. Genau. Jetzt seht's. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß, es nervt manche, dass ich immer mitfehle, aber das hilft mir, das einfach richtig zu schaffen. Ich will nicht andauernd hier abkratzen. Wie ist jetzt los? Uh! Wie cool! War doch geil! Okay. Obacht vor den Minen. Diese komische grühen Dinger. Mein Daumen rutscht ab. Eine Kiste haben wir noch gekriegt. Ah, da bin ich nicht drauf geschoben! Nein! Nein, nein! Oh Mist! Ich wollte gerade sagen, wir haben es jetzt ohne sterben geschafft. Aber, ja gut. Okay, eine Kiste ist hier relativ weit drüben. Ja! Gut! Gut, Crash! Und zweimal dieses Dingesrummen. Das haben wir geschafft! Das nicht! Was ist denn jetzt nur los? Leute, los! Kommt schon! So, so. Rechts halten. Sehr schön. Oh, neben gerannt. Aber egal. Von denen hier noch. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja! Läuft gut für uns. Läuft nicht gut. Da ist eine Kiste. Jetzt habe ich hier... Nein! 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 Ich habe das Leben da gelassen. Aber ich habe es geschafft. Und ich habe den Edelgestand. Ja! Das heißt, ich muss das Level nicht normal machen. Es sei denn, ich muss diese komischen Lila-Kristalle holen. Geschafft! Geschafft! Und da ist der Edelstein. Ja, tanze noch ein bisschen Crash. Tanze! Juhu! Und jetzt? Geht das nicht auf? Och Mist, ey! Ich habe es befürchtet. Ich muss wahrhaftig diese dämlichen Edelsteine... Ich muss diese Edelsteine, sonst geht das hier nicht auf. Also ich denke, dass da der Boss ist. Oh! Das heißt, ich muss die jetzt alle holen. So ein Mist aber auch. Scheiße! Scheiße! Okay, dann mache ich das mal noch ganz schnell. Ich habe es nicht geschafft! Und schon wieder hat er irgendwas. Gut gemacht. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt hör genau zu. Diese Hologramme sind schwer aufrecht zu erhalten. Bei meinen intellektuellen Bestrebungen bin ich auf eine Macht gestoßen, die die Welt, die zu zerstören beruht. Die Kristalle sind die einzige Möglichkeit, sie einzudämmen. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Darum musst du sie mir unbedingt bringen. Bist du da, Crash? Crash! Crash! Bist du da, Crash? Bist du da, Crash? Oh, unsere Schwester war auch noch mit dazwischen. Drei Kristalle? Nicht schlecht. Wie ich sehe, hast du den Dreh langsam raus. Ich muss Energie sparen. Ich melde mich wieder, wenn du den fünften Kristall hast. Bleib weg, Junge, bleib weg. So, und damit hätten wir alle fünf Diller Kristalle. Ja, jetzt ist da das aufgegangen. Durch Zufall habe ich sogar hier diese weißen Edelsteine gekriegt. Ich wusste gar nicht, dass das so möglich ist, aber es hat funktioniert. Das bedeutet, wir haben jetzt hier unten alle weißen und alle lilan Edelsteine. Den roten werde ich mir später holen. Und jetzt geht es zu Ripperu. Das heißt, dieses verrückte Känguru ist das. Yay! Da ist er wieder. Wir haben ihn vom letzten Mal noch in Erinnerung. Diesmal mit Trille und Schnäuzer. Den hatte er letztes Mal, glaube ich, nicht. Wie geht das denn jetzt? Oh, nee, so nicht. Aha. Aha. Und nun? Ah! Jetzt aber so? Okay, wir müssen also warten, bis er Nitro-Klizzerin hat. Wo springt er lang? Wo springt er lang? Oh, Mist. Dadurch, dass ich nicht wusste, wo er lang springt, hat er mich erstmal schön in die Luft gejagt. Du Idiot. Bei dem Ersten kann ich hier unten stehen bleiben. Das weiß ich noch. So. Wenn man genau hinguckt, da sind irgendwelche Formen drauf, die Scheine kommt. So, und wo springt er jetzt hier zum Nitro-Klizzerin hin? Ich glaube, er dürfte hier stehen bleiben. Bam. Bam. So, okay. Hier ist das Erste und er wird dann hier unten stehen. Äh, wo unten da, wo unten da, wo unten da, wo unten da. So, und jetzt schnell hierüber. Oh, ach so, ist ja noch kein Nitro-Klizzerin. Stimmt. Mhm, 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 mhm. Ich sehe ein Muster, ich sehe ein Muster. Bleib schön da hinten. Zweimal. So. Oh, nein. Schnell weg hier. Und wieder hier unten stehen. So, jetzt noch einmal Nitro-Klizzerin. Warum hat der eigentlich so eine Vorwille? Was ist da? Ach! Oh, Gott. Oh, Mann. Oh, 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 oh. Oh. geschafft, wir haben ihn er hat immer noch seine ich hab mich lieb Jacke an und er hat wieder keine Haare yeah, Leute wir haben es geschafft und damit hätten wir den ersten Wartraum komplett fertig yeah ich bedanke mich fürs Zusehen wenn euch dieser Part gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like und ein Comment und wenn es euch generell mit mir gefallen hat hinterlasst sehr gerne ein Abo für diesen Kanal ist alles kostenlos und würde mich mega freuen und ich hoffe ihr schaltet wieder ein wenn wir in den zweiten Wartraum gehen und bis zum nächsten Mal Tschaui